Guten Abend auch von unserer Seite. Ich begrüsse Sie mit dem kurzen Medientreffen mit unserem Spieler Sandro Lauper. Sandro Lauper, ein stimmungsvoller Abend, aber ein bitteres Resultat. Wie hast du das Spiel erlebt, bitte? Ja, wie du gesagt hast, extrem bitter, dass es am Schluss 4-1 steht. Ich glaube, wir haben ein Spiel gesehen mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Ich glaube, am Schluss sieht man vor allem die Effizienz, die den Unterschied gemacht hat. Ich glaube, wir hatten nach den 10, 15 schwierigen Minuten am Anfang sehr gute Phasen im Spiel. Bis zum 3-1 waren wir eigentlich klar die bessere Mannschaft. Dass wir ihnen Räume geben müssen gegen Schluss ist auch klar. Wie gesagt, bitte, dass es 4-1 steht, aber wir stehen auf und machen weiter. Ja, bitte, Ihre Fragen an Sandro Lauper. Da vorne mit dem Mikrofon. Ja, Sandro, ihr hattet heute in einer etwas anderen Abwehrformation gespielt. Wie hast du das empfunden? Ja, gerade gegen ihre drei sehr offensiven Spielen wollten wir einfach mit fünf dagegen halten. Mit mir so ein bisschen als Schaltzentrale in der Mitte, dass ich auch mal ein bisschen nach vorne gehen kann. Vor allem, wenn wir den Ball haben bei Abstoss, dass ich ein bisschen nach vorne gehe und so den Spielaufbau, dass wir Überzahl haben. Ich glaube, in meinem Ballbesitz hat es eigentlich ganz gut geklappt, auch defensiv. Bis auf die zwei Tore am Anfang ist es eigentlich gut aufgegangen. Wir haben dann am Schluss wieder umgestellt auf vier, wie wir das kennen. Aber ich glaube, es war im Ganzen eigentlich okay. Ich glaube, es war im Ganzen. Weitere Fragen? Erste Reihe. Seit wann habt ihr dieses System im Training gearbeitet? Wir haben es sicher auch schon Wochen zuvor mal angeschaut. Nicht, dass es plötzlich aus dem Nichts kommt. Wir haben es immer wieder mal angeschaut, wie wir zu fünf Verteidigungen oder mit drei Händen mit diesen zwei Winbacks aussen, die extrem hoch stehen oder ein bisschen tiefer bei gegnerischem Ballbesitz. Also es war eigentlich nichts Neues. Wir haben auch in der letzten Champions League Kampagne auch schon zwei, drei Mal mit fünf gespielt. Also war es nichts Neues. Nach diesem dritten Spieltag, wie siehst du jetzt die neue Ausgangslage, die sich jetzt ergibt in der Gruppe? Ich persönlich denke eigentlich, dass alles noch offen ist. Ich glaube, wie ich richtig informiert bin, hat Manchester gewonnen zu Hause gegen Atalanta. Ja, steht jetzt auch mit sechs Punkten da. Wir mit drei sind immer noch im Rennen, vor allem auch um Platz drei. Das ist ja nach wie vor eigentlich unser Ziel. Und wir werden probieren, auch wenn wir noch zwei Auswärtsspiele haben, sicher dort unsere Punkte probieren einzufahren. Wie sieht der Gruppe, nach drei Spiele? Dice er, in general, nicht in einer schlechten Position, dass sie drei Punkte haben. Sie sahen, dass Manchester gewonnen hat und sie hat sechs. Und dass sie die dritte Position, die dritte Position, die in Europa zu gehen, ist ja auch die dritte Position. Und sie sehen, dass sie die Möglichkeit haben, dass sie da kommen. Gibt es noch eine Frage? Ja, noch eine letzte Frage, Alain. Vielleicht noch zu den letzten beiden Toren. Ich meine, das war doch kein 1-4-Spiel oder kein klassisches. Wie wehtun diese Tore? Ist das psychologisch schwieriger zu verkraften, als wenn es 1-2 geblieben wäre? Ich denke, schlussendlich ist eine Niederlage eine Niederlage, ob es jetzt 2-1 ist oder 4-1. Wir haben es bis zum Schluss probiert. Gut, ich verliere lieber 3-1 als 2-1. Dann haben wir wenigstens noch alles gegeben bis zum Schluss. Mussten ein bisschen öffnen, sind ein-, zweimal in Konte geraten. Wir haben es vorher super verteidigt. Ich glaube, auch gegen solche Spiele kannst du 90 Minuten nicht alles perfekt verteidigen. Ja, bitte, dass die zwei Tore noch fallen am Schluss. Wie ich bereits gesagt habe, war die Effizienz bei Villarreal, glaube ich, auch überdurchschnittlich. Und da steht halt am Schluss einfach 4-1. Gut. Besten Dank und bis später.